Das Wichtigste ist, dass man dankbar ist und dass jeder kapiert, in was für einem schönen Land wir leben. Wir sind ja den Ressourcen unseres Landes auf der Spur. Und da ganz speziell besondere Menschen. Und heute eine ganz, ganz besondere Frau, Annemarie Moser in Kleinaal. Annemarie, danke, dass wir da sein dürfen. Gerne. Annemarie, eine Frage. Du kommst ja vom Bergbauernhof ganz stolz. Braucht ein Mensch die Natur heute noch? Nein, ich glaube, ohne Natur könnte ein Mensch nicht überleben. Wenn ich allein denke, ich bin auf einem Bergbauernhof aufgewachsen. Unsere Familie hat alles gehabt. Wir waren so was von glücklich und eine wunderschöne Kindheit gehabt. Manche haben gesagt, die armen Bergbauern und Kinder, wir haben aber alles gehabt. Wir haben Getreide umgebaut, wir haben Gemüse, wir haben die Milch gehabt, wir haben Fleisch gehabt. Also rundum glücklich. Schön. Heut ist ja im Gegenteil oft so, sehr, sehr viel Konsum. Macht der Konsum glücklich, Annemarie? Allzu viel Konsum macht nicht glücklich. Ich glaube, weniger ist mehr. Bauernschaft ist ja für den ländlichen Raum so wichtig. Wir wollen ja den ländlichen Raum fördern. Siegst du in der Bauernschaft eine Zukunft? Auf alle Fälle. Wenn ich allein bei uns die Bergbauern hernehme, da haben sie drei junge Bärschen zusammen da und haben mit der Käserei angefangen. Also was Besseres kann man sich nicht vorstellen. Man sieht, dass die Jungen wieder mehr hingen, so wie es früher war. Schöne die Jungen als Chance. Jetzt ist ja oft das Thema, dass viel alleine leben ist. Jeder und jeder war ja lebensfähig. Allein brauchen wir heute noch miteinander. Auf alle Fälle. Also ich könnte mir nicht vorstellen, allein im Ort selber. Wir sind ja sowas von Heimat verbunden und der Ort lebt ja von den Vereinen. Ich muss sagen, ich freue mich, wenn ich am Stammtisch gehe. Da wird wieder geschätzt und das Miteinander, das ist einfach sowas von wichtig. Ist vielleicht auch einer der Vorteile im ländlichen Raum gegenüber Städte, dass man sich noch kennt, dass man sich noch in dem Sinn austauscht? Ja, es gibt natürlich in den Städten auch. Es sind auch abeinander, es sind auch Gleichgesinnte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch glücklich ist, wenn er allein so dahin lebt. Aus deiner Sicht, was ist denn das Wichtigste, dass der Mensch Lebenszufriedenheit findet? Na ja, das Wichtigste ist, dass er mit dem glücklich ist, was er hat und dankbar ist, dass es ihm gut geht. Und wir leben eh so in einem Überfluss. Und es ist ja gut, wenn keiner hungern muss. Aber wie gesagt, weniger ist oft mehr. Eine besondere Frage an dich als Jahrhundertsportlerin. In vielen Teilen des ländlichen Raumes ist ja der Skitourismus entscheidend wichtig. Was braucht ihr denn da, damit es in eine gute Zukunft geht? Ich bin sicher eine Gegnerin, wenn man sagt, überall wird wieder ein Schneisen reingeschlagen. Und noch ein Lift dazu und noch einer. Ich bin eher auf der Linie verbessern. Also Qualität und nicht kilometerlange Abfahrten. Und dann noch eine ergänzende Frage dazu. Gerade die Jungen Skifahren. Heute fahren nicht mehr so viel Ski wie früher. Was könnte man da dann tun, dass die kleinen Skigebiete gefördert werden, dass die Jungen wieder mehr zum Skifahren kommen? Hast du da eine Idee? Ich glaube, dass das schon in der Schule angeht. Und auch die Eltern müssen dahinter sein. Wichtig ist, dass sie in die Vereine kommen und dass da was gemacht wird. Und da muss ich sagen, da sind ja wir Salzburger sowieso führend. Und ich glaube, auch in ganz Österreich wird da sehr viel getan. Weil sonst hätten wir nicht so viele Skifahren. Ferdl Hirscher ist ein schönes Beispiel, der auch Skikurse macht für die jungen Kinder in einem Tag. Helfen viele mit, auch dass die kleinen Skigebiete erhalten bleiben. Und eine ganz spezielle, abschließende Frage noch. Wir sind ja in dem schönen Dorf Kleinall. Was ist denn für dich eine lebenswerte Gemeinde, Annenre? Eine lebenswerte Gemeinde sind einmal die Mitmenschen. Das steht im Vordergrund. Und dann eben, wie gesagt, die Vereine, der Stammtisch, wo man gerne hingeht und miteinander plaudert. Und dass man sieht, dass auch die anderen gut geht. Miteinander. Miteinander. Sehr, sehr gut. Annemarie, hast du abschließend noch irgendeine Botschaft an die Leute, die das jetzt hören magst, irgendwas noch mitgeben? Das Wichtigste ist, dass man dankbar ist. Und dass jeder kapiert, in was für einem schönen Land wir leben. Super. Annemarie, vielen, vielen Dank. Bitte. Bitte. Vielen Dank.